Grüße geht raus an! Ich muss schnell nach Hause. Puh, ich kann aber nicht mehr. Ich mache schnell eine Pause. Oh, hallo, was ist los? Kannst du mich bitte mitnehmen? Ich kann nicht mehr laufen. Okay, kann ich gerne machen. Komm mit! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn du willst, kann ich dir noch mein Haus zeigen. Okay, gerne. Komm mit. Das ist mein Haus. Oh, schön. Das ist mein Haus. 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 Das ist mein Haus.